Herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Abenteuer Brettspiele, diesmal mit einer Neuheit von Looping Games, nämlich 1902 Meillet oder 1902 Meillet. Und wer den Namen Meillet schon kennt, das war einer der ersten, die Filme gemacht haben, nämlich in Frankreich. Der Mann im Mond, die Reise zum Mond, wie auch immer genau das hieß, aber ich kenne das zum Beispiel aus dem Hörspiel Professor Van Dusen. Looping Games macht immer sehr schöne Spiele in kleinen Boxen, die hauptsächlich aus Karten bestehen. Und mit euch zusammen möchte ich hier mal reinschauen, was bei 1902 Meillet alles dabei ist. Dann machen wir die kleine Box auf. Ich finde, es sind wieder ein sehr schönes Thema. Ich bin ja ein großer Filmfan, vor allem so von früher, ohne CGI und alles, sondern wirklich die alten Studios mit den alten Kulissen, den großen und so weiter. Und dann schauen wir mal hier rein. Und wir haben hier natürlich Französisch, aber hier haben wir Englisch. Und ist nicht auf Deutsch verfügbar, aber Englisch auf jeden Fall okay. Und auch, ich sag mal, klar, man sieht hier schon, es ist recht klein geschrieben. Verschiedene Sets, die wir vorbereiten müssen. Wir haben die Schauspieler. Wir müssen eine Szene aus so Karten, Skriptkarten schreiben. Wir müssen hier auch Kostüme, Special Effects. Also in diesem kleinen Box sind doch grundsätzlich eine Menge Elemente drin, die zum Filmemachen gehören. Verschiedene Sachen für die verschiedenen Produktionsstufen. Und dann kommen wir jetzt schon zum End of Game und Scoring. Ja, und dann hier nochmal Zusammenfassung. Und das ist dann eben auch Französisch, die andere Seite. Ja, schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall kleine Stanzbögen. Und da sieht man Schauspieler. Man sieht so eine Art Tickel oder wahrscheinlich irgendeine Punktewertung könnte es sein. Das könnte auch für die verschiedenen Spieler sein. Das sind vielleicht Einsetztokens. Dann haben wir hier das Spielbrett hinten auch schön drauf. Aber wir haben halt vor allem hier eben entsprechend Punkteleisten und entsprechend die Sets, die verschiedenen Räume, wo wir Arbeiter einsetzen können, wo wir Aktionen nutzen können, um dann unseren Film zu drehen. Hier sind wahrscheinlich Schauspielplättchen. Außenrum dann viele Karten. Dann haben wir in dieser doch dann sehr prallgefüllten kleinen Box haben wir hier Spielmaterial. Man sieht schon, okay, da wird eben geschaut, dass man möglichst günstig klarkommt. Also hier so klassische Pöppel. Wahrscheinlich für die Aktion, für die Arbeiter, dass wir die Aktion nutzen können. Nicht ganz so schön, aber hey. Und dann haben wir eine Menge Karten, die freundlicherweise, oder finde ich toll, auch hier nicht in Plastik eingepackt sind, sondern mit so einer kleinen Papierbanderole. Und die schauen wir uns gleich an. Und dann gehe ich nochmal einen Tick näher ran. So, und dann haben wir hier eine Menge. Das könnte, ja, Startspieler sein, vielleicht würde ich mal sagen. Dann haben wir hier ein Filmbeginn wahrscheinlich. Die La Voyage de la Lune, also die Reise zum Mond wahrscheinlich. Und hier Finn, das Ende. Vielleicht ist das so der Anfang und Ende des Films. Vielleicht drehen wir auch nur den einen Film. Dann haben wir hier verschiedene Karten, die wahrscheinlich Special Effects sein könnten, würde ich mir fast denken. In unterschiedlichen Farben unten da. Warum auch immer, das weiß ich jetzt nicht. Das wird wahrscheinlich die Rückseite sein. Einfach Special Effects sein, die dann bestimmte Effekte haben, die dann für so einen Film von damals relevant sind. Dann könnte es hier irgendwas sein, dass wir irgendwie Aufträge haben. A plus A plus A, 9 Punkte. A, B, C, 5 Punkte. A plus A, nur 2 Punkte. Gibt es dann zumindest hier beim Regie. Dann hier vielleicht, keine Ahnung. Gute Frage. Was das genau ist. So genau habe ich mir die Regel noch nicht angeschaut. Aber so schöne alte Illustrationen. Aber die größeren Karten, wo dann auch hier so Setfotos, sage ich mal, mit drauf sind. Vielleicht aus den alten Filmen. Dann haben wir hier. Und das sind die Skriptkarten, wo wir raus den Film machen. Da sieht man auch bestimmte Zahlen, die hier drauf sind. Was auch immer das bedeutet. Auf jeden Fall können wir hier in irgendeiner Form den Film halt gestalten. Und ich finde, das sieht schon irgendwie ziemlich cool aus. So richtig schön alt. Und hier unten sieht man halt bestimmte Dinge. Wahrscheinlich Schauspieler, die man dann in der Szene braucht. Bestimmte Effekte. Das hat man ja gerade gesehen mit dem Spiegel. Oder hier mit diesen Staub, Explosionen oder was auch immer. Das sind halt bestimmte Effekte wahrscheinlich. Und dann entsprechend farblich, woher die stammen müssen. Das hatten wir ja auch auf diesen Effektkarten drauf. Dass da so Farbplexe drauf waren. Und so müssen wir wahrscheinlich aus diesen 42 Szenen, können wir vorstellen, dann im Endeffekt den Film machen. Und hier haben wir noch weitere Karten. Die haben hier hinten dann auch bestimmte Angaben drauf. Und es sind dann zusätzliche Einsatzfelder, die vielleicht im Spiel sind. Je nach Partie könnte es sein, dass das vielleicht andere sind. Müsste man mal schauen. Und die können dann auch umgedreht werden vielleicht, dass das dann auch nochmal ein Einsatzfeld ist für eine bestimmte Aktion. Gute Frage. Ja, also müsste man dann im Detail mal sehen, was das genau bringt. Aber man sieht, doppelseitige Karten hier jetzt nicht. Das sind dann bloß hinten die normalen... Ja, das ist vielleicht das Fertiggetrete, ne? Die Fertiggetrete Szene, die dann in Farbe ist. Was natürlich nicht gerade realistisch ist, aber hey, kann man dann vielleicht sehen, dass sie fertig ist. Also ich finde es wirklich eine schöne kleine Box. Ich mag diese kleinen Spiele von Looping Games, die dann immer wirklich ein sehr schönes Thema aufgreifen. Und man muss auch sagen, das Material dann sehr intensiv nutzen vor der Rückseite, etc. Und auch trotz dieser kleinen Box immer eine schöne Partie und ein schönes Spiel machen. Hier zwei bis vier Personen, 60 Minuten ab zwölf Jahren. Also schon, ich würde mal sagen, Kennerspiele, ne? Und ja, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr von so kleinen Boxen haltet. Ich muss ja sagen, mittlerweile bin ich doch sehr froh, dass viele Spiele, auch anspruchsvollere Spiele, kleinere Boxen haben. Es ist halt auch immer eine Platzfrage, ne? Diese riesen Boxen teilweise, die ja viel Material mitbringen und dann schwer sind und eben auch viel Platz wegnehmen. Bin ich gar nicht so ein riesen Fan von. Hinterlasst gerne einen Kommentar, was ihr darüber denkt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr mal auf abteuer-brettspiele.de vorbeischaut, meiner Website. Dort gibt es eine Menge mehr Infos rund um Brettspiele und auch meinen wöchentlichen Podcast. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!